Nein, die sind gerade noch nicht gut hier. Wieso, du hättest doch schon dahin rennen können. Die sind noch gut da. Wollten wir die Case nicht hinten mit auf die Insel packen? Ja, noch sind sie gut hier. Noch sind sie gut hier. Ja gut, ich brauche halt erstmal noch 13 Provider Pipes, weil dann könnte man umstellen und dann könntest du schon anfordern. Noch stehen die hier gut. Ja. Ja, ich weiß, aber noch stehen sie gut hier. Muss ich soweit latschen. Spätestens wenn ich die Provider Pipes habe, dann mach ich das. Dann ist hier ein Panel. Ich brauche ein Panel hier zum Craften. Hm? Bevor du das wegnehmst, ich brauche dann ein Panel zum Craften hier. Und nicht nur eine Request Station. Weil davon habe ich auch nichts. Weil das ist schon wie Requesten davon. Da kann ich hingehen, nehme mir einen Stack und fertig. Da brauche ich nichts klicken. Shift-Links-Click. Stack. Dann muss es irgendwo hier im Panel zum Craften existieren. Gibt es da sowas nicht? Wir brauchen die Peer-Shift-Sets. Ja. Also bevor das nicht. Da brauchen wir nicht diese Peipchen nicht. Kann man die anderen nicht. Weil wenn jetzt zum Craften, weil bevor ich da was Requesten kann, kann ich da links ein Shift-Click machen. Ähm. Ähm. Und welches? Achso, ich wollte noch ein Ding mitnehmen. Da brauche ich noch ein. Keine Ahnung. Zwei Reichen. Danke. Okay. Für Holz hat er noch. Okay. Wie viel Holz ist hier noch drin? Nachfüllen. 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 Nachfüllaktion. Zendos lebst du noch? Ja. Ich lebe noch. Sicher. Ja. Er lebt noch. Ja. So leise warst. Ja. Ich habe gerade was überlegt. Du bist sicher, dass du überlegen kannst. Ja. Wo hältst du? Ja. Wo hältst du? Ja. Lalalalalalalalala. So. Jetzt haben wir den Füllstand. Der ist fast voll, ey. Hammer. Müssen wir ein paar mehr hier instellen. Zack. Mh. Alles klar. Oh mein. Centus. Warum? Warum was? Diamanten? Ja. Sampli-Table braucht zum Beispiel auch Schmuffin. Ich weiß. Und Laser braucht auch noch zwei. Ich weiß. Ja. Was willst du jetzt damit schon? Zumindest die zwei Dealships jetzt machen, dass man den Table bauen kann. Ach. Centus. 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 Gut, dass ich vorher mitgedacht habe, ne? Warum? Das Ding existiert schon länger in meiner Chest. Ich weiß noch nicht schon welcher. Ich glaube in der. Es existieren schon längst eine Sampli-Table und fünf Laser. Was? Ja, sicher. Wo ist die Frage, ne? Ja, ich hab's doch. Hier. Ich pack's unten beim Steel S hin. Da wo der Blast-Fönnis ist. Ne. Ne. Weiß gar nicht, ob die auf der einer Höhe gehen. Hm. Ich glaub nicht. Hilfe, Hilfe mit dir. Guck gleich hinten bei den Dias rein, die sind eh wieder weg. Ja. Ja. Hier kannst du nichts fertig machen richtig. Das ist sofort weg, das Zeug. Jetzt war da der schon wieder da hinten hin. Tschüss, Items. So nach dem Motto, tschüss. Und stell dir unten ein Ding zum Aufladen hin, keine Ahnung. Oder irgendwo noch ne Bank her. Ich hab keine mehr. Ja, brauch ich nicht fragen, du brauchst eh eine. Hast du nicht irgendwo auf der Insel noch eine oder so? Ja. Deine Mana Bank da hinten. Ja. Ja. Also du kannst dir keine Items geben, ey. Ich weiß. Weißt du, züchtest du gerade mal Diamanten. Weg sind sie. Guck mal, null. Null. Ich sage, ich brauch eine noch wenigstens drin. Null sind da drin. Und hier. Was soll das? Ja, tun die da rein. Ne. Die tust du jetzt da rein. Geht nicht. Geht nicht. Wegen Nuggets und so. Keine Nuggets und so. Was? Weißt du, warum hast du jetzt zwei Diamanten gemacht? Was will ich da mit Diamanten? Ich brauch die Nuggets wieder. Warum brauchst du die Nuggets wieder? Weil ich einen Nugget brauche. Jetzt ist wieder einer drin, weil gerade einer wieder kam. Weil ich die zum weiter zum Pumpen brauche. Dass er das Rezept zum Beispiel machen kann. Nein, Hilfe. Du machst mich... Du brauchst doch einen wieder drin. Was? Du brauchst doch wieder einen drin. Ja, jetzt wieder. Die alleine läuft. Weiß nicht. Acker mir den Arsch ab. Komm, züchtest du die. Dann züchtest du die. Und der Arsch. Willst du mich eigentlich verkackern? Ja. Du willst mich nur verkackern? Ja. Aber sowas, Mann. Ja. Ey, wie bringt's Spaß? Mein Gott, ey. Züchte die... Die ja selber! Gib Farben in der scheiß Twilight und hol dir die Kacke! Ich bedanke das eigentlich. Mann, ey. Ärger mich die ganze Zeit hier. Weißt du, anstatt Botania mal schön Erzding... Nein, es ist zu schwierig. Dann züchtet vielleicht nicht. Und der so... Wie so ein Joker. Wie Nono. Nllllllllllllllllllllllllllll! Meine Items! Gar, genau. So! Ja, warum Autsch! Zu Faustfaltig, oder was? Ich weiß nicht, dass ich noch eine Rüstung anhab, ne. Mhm. G Hundred Läuche, die сотzen Protection Rüstung. Übel. Jetzt muss ich wieder an meinen Stahl gucken, ey. Mein Gott. Du machst mich gaga hier. Ja. Ich mache dir Spaß. Du machst mich mürbe, mürbe. Doof im Kopf. Ja, von dir wird man doof im Kopf. Du bist doof im Kopf. Nein. Doch. Bei dir wird man doof im Kopf. Sehr doof. Du bist doof im Kopf. Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Nö, mache ich nicht. Doch. Sehr sogar. Machst mich fertig, Junge. Nein. Oh doch. Oh nein. Ach ja. Oh. Das brauche ich dir jetzt. Das brauche ich noch. Ich brauche 27. Oder ich mache die Rediator-Block. Generator-Block brauche ich 6. Aber ich mache die fertig. Ich habe nichts gesagt. Da haben wir ihn. Aua. Was denn? Meine empfindlichen Ohren. Pipi in den Ohren. Das tat weh mal für meine Ohren. Hobbidi hobbidi hopp hopp hopp. Du bist hobbidi hobbidi hopp hopp hopp. Du kriegst gleich hobbidi hobbidi hopp hopp hopp. Woanders hin. Schon wieder hier. Schleich dich. Schleich dich mein Freund. Schleich dich. Geh von den Kisten weg. Schleich dich. Gott. Ich hoffe ich bin gleich tot. Schleich dich. Halt die Fresse. Ich baue gleich einen Kampfroboter auf. Am Arsch. Besonders der geistert hinten um den Farm immer wieder rum. Mach ich gar nicht. Nein. Nein. Spiel weg. Gib Gas. Senn du so. Achtung. Kein zutrifft Staubsauger. Lügner. Nee. Das ist die pure Wahrheit. Nein. Das ist nicht. Was ist denn los eigentlich. Ich will da nicht mehr ernten. Kein Strom. Aber wo machst du keinen Strom mehr. Oh mein Freund. Du hast keinen Strom mehr. Warum auch. Immer. da fehlt Kohle. 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 Ach ja. So ist das. Nee. Doch. Ich bin nur gemobbt von dir. Ich mobb dich nicht. Nein. Bist du ja kein Bischmopp. 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 So. Do your job. Und mach hier weiter. Burn. 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 Wie schnell man vielleicht mal das klauen kann. Hm. Als ob der Junge nicht schon arm genug wäre. Hm. Da wird man auch beklaut von ihm. Eiskalt. Dieb bist du. Dreister. Dieb. Nein. Doch. Bin ich nicht. Ey. Bist du jetzt langsam zum Ende kommen. So langsam. Ja. Warum? Mal darum. Weil ich vielleicht doch weg bin. B E C H. Du bist weg? Ja. Weg. Weg. Weg weg. Also nicht da. Weg weg. Achso. Na dann. Weg. 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 So wie nicht da. Cool. So kann man es ungefähr aussuchen. Weg. Aber wir brauchen aufull П assigned. Es wird eine zweite Enderpelle auch noch mit. Nein. Ordience. warte mal kann man die auch noch wie searchen oder so denn 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 Dun 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 Ich hab's nicht mehr verpasst Nein Du darfst Du darfst Nä, ich hab's nicht Ich hab's nicht mehr auf den Weg Los aspects sind wir So So Meine letzte Amtshandlung ist zurückzulaufen Gucken, was du da jetzt da hinten auf der Insel gemacht hast Oder geh ich einfach Kannst du machen, was du willst Auf welcher Insel? Auf der Logistik-Pipe-Insel Ob du da mal was veranstaltet hast Was du den ganzen Tag gemacht hast, wo ich den ganzen Tag geackert habe Um Erze ranzuholen Und du sie wie ein Staubsauger verbraucht hast Genau das Übertreiber, ey Kommst mit Übertreiber, ey Was ist denn los hier? Kann ich noch um das Sterben gehen oder so? Genau Nein, 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 nein Was sind hier Logistik-Tables? Ist ja jetzt realisch... Hm? Ach, hier oben hast du's gemacht. Weißt du hier... Hast du am Ende die Solatdinger eingemacht oder hast du noch nicht alle eingegeben? Hm? Alle Rezepte. Alle Rezepte sind drin. Okay, weil die nicht alle nebeneinander sind. Ah, hier vorne. Achso, die hast du alle so kompakt nebeneinander gebaut, okay. Aha... Ja... Ja... Verstehe! Du verstehst nicht. Doch... Doch, doch... So. Wo bist du? Hm? Wo bist du? Vorne bei deinen Insel. Ich hab dir die Sache geklaut. War klar. Nicht nur doch. Für wem? Weißt du doch. Da ist er wieder. Der Rabauke, der... Weiß ich nicht, machst du gleich noch weiter oder? Nö. Er soll treiben hier. Übertreiben! Und die brauchen aber lange, ne? Hm? Ich brauche aber lange, ne? Hm? Ich brauche aber lange, ne? Ich brauche aber lange, ne? Ich will mich zu Botanien gehen, weil ich eine Auswahl nicht hier. Ja, nischt. Deswegen! Naja, das ist nicht mein Problem. Doch. Nein. Ihr bleibt mal glät an. Nein, ihr bleibt an. Definitiv. Schließend so lange. Mach dir noch mal bitte jetzt. Alter. Ich geh sowieso jetzt. Ich mach jetzt die Ende Gelände. Ups. Tschüss, Centos. Warte kurz. Na. Wollte das noch hinschmeißen. Oh. Boah, dieses Sonne geflackert. Na gut. Das läuft dann jetzt erstmal. Autsch. Autsch. Doch. Gut, Leute, dann würden wir aber sagen, wir haben jetzt wieder viel zu viel aufgenommen. Zu viel. Und zu viel... Mist gemacht, hm? Wollen Sie sich dazu äußern? Hier ist mein Mikrofon. Am wenigsten, dass es automatisch gequaffelt wird, fertig gemacht. Äußern Sie sich dazu. Warte, Moment. Hier kommt mein Mikro. Äußern Sie sich dazu. Nö. Du musst halt nur noch an die Items kommen. Ja. Mhm. Du kommst da ja nicht mehr hin. Mach dein Brutal... Was die Salat-NLs macht. Was die Salat-NLs macht. Wartet mich mit dem Schwertgaun echt. Ich muss halt nur noch so angeschossen werden. Mach dein Brutal... Ich glaub's nicht, ey. Der hackt doch wohl bei dir. Yeah, 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 yeah. So. Ich weiß. Was? Gut, Leute. Dann müssen wir aber sagen. Bis zum nächsten Mal bei Skype. Ja. Mit dem Flash. Mit Centos, dem Staubsauger. Arschloch. Tschüss. Schaubsauger. Tschüss. 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 Du kriegst noch einen Fight. Du kriegst einen Fight hier. Ich will aber nicht sterben. Lass dich. Ich bin tot. Haha, ich weiß. Ich sterb nicht so schnell. Das ist durch die Erschwerte. Dann lass dich halten. Tschüss. Gut, Leute. Ciao, ciao.